Musik Im Fußball sind die Basics Laufen und Kämpfen, weil ohne Laufen passiert nichts. Und ich sag mal, im Normalen ist es dann einfach auch eine Ausbildung, also erstmal eine schulische Ausbildung vielleicht, aber selbst die Ausbildung ist dann das Rüstzeug einfach im Nachgang, was dich befähigt, deinen Beruf sehr gut auszuführen und demnach imminent wichtig. Auch ich war ja mal jung als Spieler und hab vielleicht mal auf einen älteren Spieler gehört oder der mir mal ein paar Tipps gegeben hat und hat gesagt, hör mal zu, also denk dran, vergiss das andere nicht auch, dass du vielleicht mit Mitte 30 oder Anfang 30 dann vielleicht wieder in einen normalen Beruf reingehen musst. Überleg dir doch mal, ob du vielleicht noch was tun willst in Form von Weiterbildung oder so. Und ich hab mich dann im Endeffekt dazu gezwungen, wenn man so will, und hab mich da angemeldet und hab's dann aber natürlich final einfach durchgezogen. Ich konnte mich insofern für Fernstudien motivieren, einfach weil ich mich selber gegeißelt hab, sag ich mal. Ich hab mich dazu auch ein bisschen gezwungen. Ich hab einfach irgendwie so einen positiven Antrieb einfach zu sagen, hey, der Tag geht los, komm, lass irgendwas machen, komm, ich hab jetzt Bock. Ich mag's einfach, Projekte zu haben, Dinge anzugehen, aktiv da mitzuarbeiten, schau doch mal so und so, kannst du's vielleicht machen, dies könnte gut sein für dich, hör doch einfach mal zu. Einfach das für sich herauszufinden, Hilfe gerne immer anzunehmen, weil keiner von uns ist allwissend. Hilfe ist immer gut, auch zu bekommen von außen und ansonsten einfach nur dranbleiben. Das Wichtigste ist wirklich dranbleiben, Niederlagen gehören zum Leben dazu, das ist immer so. Am nächsten Tag geht die Sonne trotzdem wieder auf, die nimmt gar keine Rücksicht auf uns, die geht trotzdem auf und die Kugel dreht sich trotzdem weiter. Die Frage ist, wie man mit Niederlagen umgeht, wegstecken, weitermachen, immer positiv nach vorne gucken und einfach vor allen Dingen den Glauben an sich selbst nie verlieren, das ist das Wichtigste, was es eigentlich überhaupt gibt.